Kim bei Koch Folge 20, Hinter den Kulissen Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kim bei Koch. Heute möchte ich euch mal mit Hinter die Kulissen nehmen und euch zeigen, wie so eine Folge Kim bei Koch eigentlich entsteht. Viel Spaß dabei! Also Leute, heute geht es natürlich um Kim bei Koch, wie ihr natürlich alle wisst. Und wir brauchen in den nächsten vier Wochen 20 Folgen. Also unser Ziel 20 Folgen. Mögliche Themen, die ich mir schon überlegt habe, sind Werkekoch, Interviews, unsere Messen oder auch die Orga. Um die Folgen so gut wie möglich hinzubekommen, brauche ich eine gute Maske, gute Outfits, einen super Ton und auch das entsprechende Licht. Ich will unseren Kunden unsere Produkte näher bringen, ja? Und deshalb brauche ich vom gesamten Filmteam Engagement. Also auf geht's! Was haltet ihr davon? Gibt es noch irgendwelche Ideen, Anregungen, Wünsche? Dann bitte jetzt! Oben geht's! Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kim bei... Was gibt's heute zu essen? Ey, die sind Praktikaten da heutzutage! Und in solchen Bedingungen kann ich echt nicht arbeiten! Und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen bei der nächsten Folge von Kim bei Koch! Boah, Mike, das war voll der geile Tag, denke man immer so! Achso, mit Rech und... jetzt! Tschö embarrassing! Willst du beden dich unig? Wisi